So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 28.08.2020. Wir wollen uns einen Blick auf die Märkte gönnen und wollen natürlich einen Blick werfen auf das, was Jay Powell gestern geliefert hat. Und zwischenzeitlich muss ich jetzt sagen, gestern, es sah nach einem, im übertragenen Sinne, No-Brainer Morning Meeting aus. Ehrlich gesprochen, ausgehend von meiner Ausführung gestern. Powell lieferte, lieferte wie erwartet und wie erwartet hatten wir als nicht besonders günstiges Setup skizziert. Infolgedessen kurzzeitig initial, bullischer Spike in Edelmetallen auf der Oberseite. Gold, Silber durch die Decke geschossen im übertragenen Sinne, sahen Aufschläge, die doch ziemlich deutlich ausschauenden, ehrlich gesagt. Und die 2000er Region, also 2000 US-Dollar pro Feyenoord in Gold, um das mal als Basis zu nehmen. Das war eigentlich im Grunde genommen, ja, No-Brainer in übertragenen Sinne, sah jedenfalls initial so aus. Dann realisierte der Markt, das war erwartet worden in dieser Form. Und sowohl Equities, Aktien, als eben auch Gold sahen stärkeren Abgabedruck. Aber jetzt wird es gerade doch ziemlich spannend, wenn man sich nämlich anschaut, dass Equities unter Druck geraten. Ja, nachvollziehbar, DAX erstmalig kurzzeitig unter die 13.000er Marke. Aber Gold, Gold sieht dann eben doch bullisches Momentum und zieht wieder in Richtung der gestrigen Hochs. Gut, wir haben noch 20 Dollar, also dazu brauchen wir noch Aufschläge von rund einem Prozent sicherlich. Aber alles in allem Gold für heute über ein Prozent schon bereits im Plus. Ich bin mal gespannt. Also wenn man sich das jetzt anschaut, dann ist das, müsste ich es jetzt zusammenfassen, würde ich sagen, das was wir sehen ist ein wachsendes Misstrauen in die FED und auch die Äußerungen, die Jay Powell dort eben zum Besseren gegeben hat. Wenn man sich die Performance in Equities anschaut einerseits. und dass es eben mit mehr Liquidität oder mit einem variablen Inflationsniveau jetzt nicht wirklich getan sein wird, beziehungsweise ganz zu schweigen, ist das auch in gewisser Form, wenn man sich die Performance in Equities anschaut, ein. Ja, also schön, dass ihr jetzt hier ein variables Inflationsnitzel anstrebt. Aber macht ihr das nicht im übertragenen Sinne schon seit roundabout zehn Jahren. Und genau das spiegelt sich dann auch irgendwie in gewisser Form, wie ihr sagt, in der Performance in Edelmetallen eben tatsächlich wieder. Ich bin grundsätzlich sehr positiv, ausgehend hiervon. Initial dachte ich mir, oh, wenn das mal gut geht, das findet man auch in gewisser Form in den Ausführungen. Gestern meinerseits auf Twitter oder auch bei uns im Forum wieder. Also ich sagte mal, schauen, ob das nachhaltig ist. Die Antwort wurde dann kurzzeitig später geliefert. Da musste ihr auch nichts mehr so groß zu schreiben. Es war nachweislich nicht nachhaltig in Folge der Abschläge, die wir in Gold gesehen haben. Also wir blicken jetzt gerade hier auf den DAX. Ich habe auch mal Rede der Powell-Jackson-Hole eingefangen. Also das ist das Bild, wie wir den DAX kurzfristig eben haben, reagieren sehen. Wir werden gleich natürlich noch einen detaillierten Blick auf Gold werfen. Aber das einfach mal so als Einführung. Und dann werden wir uns gleich im Folgenden einen Blick gönnen auf das, was eben dort gestern tatsächlich dann kommuniziert worden ist. Wir werden dazu auch, ich sehe gerade, ich habe das gar nicht aufgemacht, aber werden uns mal Twitter bedienen. Wir könnten auch den Forumbereich von gestern uns anschauen. Aber wir lassen mal die heutige Chatbox auf im Hintergrund. Und wir nutzen hier an der Stelle einfach mal Twitter. Kurz einen Augenblick, ich blicke mal eben hier ganz kurz. Sehr schön. Also im Hintergrund scheint alles zu laufen. Also der Live-Stream ist auf jeden Fall stabil. Bild wird auch gut übertragen. Sehr schön. Also das scheint schon mal alles zu funktionieren. Ich stelle übrigens gerade mal hier, weil es einfach auch was mit dem Morning-Meeting zu tun hat. Zwar jetzt nicht ganz gut zu den Ausführungen passt. Aber den heutigen Blog-Artikel ein. Und zwar mit der vielsagenden Überschrift, die vier Unterschiede zwischen Profitradern und Amateuren. Zack. So, einmal der Link für später, fürs Wochenende vielleicht so als Lektüre. Wir wollen aber, bevor wir dann den Blick eben hier, da kann man den auch über Twitter beispielsweise finden. Wird offensichtlich übrigens auch sehr gut angenommen. Also hier an den Favoriten kann man das mal relativ gut erkennen. Also man sieht ja, die Open Range oder die Betrachtung für den DAX-Analysen, die kriegen auch ihre Likes. Aber nichtsdestotrotz, diese Artikel, die scheinen dann doch ein bisschen noch darüber hinausgehend angenommen zu werden. Das ist übrigens für mich ganz wichtig, bevor wir jetzt mit Paul, Jackson Hole und dergleichen anfangen. Einfach mal so als Idee, wie ich meine Analysen verfasse. Also, beziehungsweise auch die Themen in den Morning-Meeting und dergleichen. Ich orientiere mich da wirklich an den Likes. Also das bedeutet, wenn ihr ein Like gebt beispielsweise, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ich werde zwar nicht jetzt in irgendeiner Form offen kommunizieren, aber ich nehme das schon wahr, weil ich ausgehend mich von diesen Likes, Herzen dann in der Form oder auch Daumen hoch bei YouTube beispielsweise auf die einzelnen Tutorials oder auch auf die Morning-Meetings. Ich nutze dann eben entsprechend das als Feedback dahingehend, dass ich denke, mach mehr von dem, was funktioniert und was eben angenommen wird, wofür es Likes gibt und mach weniger von dem, was nicht Likes gibt. Also das heißt, anders formuliert mal lang genommen. Euch gefällt ein Artikel besonders gut, aber es gibt jetzt keinen Like, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in Zukunft davon weniger gibt, also höher tatsächlich, weil ich dann tatsächlich sage, nun ja, es gibt keine Likes, also brauche ich davon auch in Zukunft dann weniger zu machen. Also so ist das quasi so ein Zuspielen. Also wenn ihr irgendwie euch denkt, das gefällt mir, lasst gerne immer einen Daumen oben da. Ich nehme das tatsächlich auch so wahr. Ich bin sehr dankbar dafür grundsätzlich erstmal, aber es führt auch dazu, dass ich dann in Zukunft davon eben tatsächlich mehr mache. Tatsächlich also das heißt, Artikel verfasse, YouTube-Tutorials und dergleichen eben einspreche. Also ich habe davon mal gehört, bin ich auf Telegram? Nein. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht vor, mich da irgendwie anzumelden. Also vielleicht muss ich mal früher oder später mich bei diesem Telegram, Telegram oder wie auch immer das heißt, anmelden. Also muss infolge einer Kooperation, die ich dann mit Broker XYZ beispielsweise habe und die sagen, es wäre schön, wenn du da auch aktiv wärst, aber ich bin da nicht aktiv. Ich habe auch nicht vor, überall tätig zu sein. Ich habe jetzt zum Beispiel mit Schmunzeln wahrgenommen, ich habe dem, der heißt denn der Frank Thelen, glaube ich, das ist der von der Höhle der Löwen, dem folge ich bei LinkedIn zum Beispiel. Also LinkedIn bin ich auch nur infolge einer Kooperation mit einem Broker tätig geworden. Da war ich vorher gar nicht aktiv. Bietet sich tatsächlich an. Also ich habe dann festgestellt, das hat durchaus Vorteile, da auch sich entsprechend dann auf professioneller Ebene zu vernetzen und Möglichkeiten offen zu legen, wie man dort irgendwie zusammenarbeiten kann mit Brokern in diversen Hinsichten, Analysen, Education und dergleichen. Mal zurück zu Thelen. Also ich habe dem ein Follow gegeben, also folgedem, schauen wir das an und habe jetzt gesehen, dass der zum Beispiel infolge auch der medialen Berichterstattung rund um die Spannungen, die sich dort zwischen den USA und China weiter zeigen und infolgedessen es ja restriktive Herangehensweisen seitens der Trump Administration querstrich Trump in Bezug auf TikTok gibt. Ich wusste gar nicht, was das ist. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie man Trading dort irgendwie unterbringen könnte, ehrlich gesagt. Ich habe mich damit auch nicht intensiv beschäftigt. Deswegen schelte man mich jetzt bitte nicht dafür, dass ich sage, Trading tanzen, aber im übertragenen Sinne, glaube ich, trifft es das relativ gut. Also TikTok, das ist irgendwie so Musikvideos. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich mal Longtrade im DAX tanzen sollte. Also ich glaube auch nicht, dass das jemand sehen möchte, ehrlich gesprochen. Aber zurückkommen, also was hat das jetzt mit Telegram zu tun oder dergleichen? Also soziale Medien sind sicherlich toll, aber ich glaube, also ich bin nicht der Typ, der überall tätig sein muss. Ich bin sehr gerne bei Twitter tätig. Ich sehe da einen Mehrwert, nicht nur den ich selber liefern kann, sondern auch den ich daraus ziehe für mich, für meine Diversifikation in Bezug auf Informationen, von wo ich sie mir beziehe. Aber also darüber hinausgehend bin ich jetzt nicht so der Freund, ehrlich gesagt. Also das zeigt sich auch zum Beispiel an anderen Sachen. Ich bin ein totaler Außenseiter in meinem sozialen Umfeld. Also nicht beruflich, sondern privat, weil ich zum Beispiel kein WhatsApp habe. Ich finde das aber nur nervig. Also ein sehr guter Freund von mir, der hatte mal sein Handy jetzt vor kurzem, hat er da angeschaltet nach dem Sport. Und das blinkte die ganze Zeit. Also er ging die ganze Zeit klick, klack hier, klick, klack da. Und ich guckte ihn so an und sagte dann irgendwann, fragte ihn, sag ich mal, willst du da nicht mal rangehen oder mal gucken, wer dich da anschreibt? Nee, nee, sagt er, das ist irgendwie so WhatsApp-Gruppen, blibla blub und so. Und deswegen brauche ich da nicht reingucken. Das geht den ganzen Tag so. Ich würde wahnsinnig werden. Also ich, gefühlt bin ich schon viel zu aktiv eigentlich auf sozialen Medienkanälen tätig. Da brauche ich jetzt nicht noch mein Handy, das die ganze Zeit am Brummen muss, sondern am Blinken und am Blunken. Und ich sehe das schon bei meiner Frau, also mit WhatsApp-Gruppen. Also das nur mal, jetzt, ich bin jetzt ein bisschen aufs Gewürzchen, also Telegram und so weiter. Ich habe nicht vor, da aktiv zu werden. Also vielleicht muss ich irgendwann mal, weil ihr sagt, Telegram ist viel cooler als Twitter und da sind wir alle aktiv. Okay, dann würde ich euch folgen, aber also aktuell habe ich es nicht vor. Aktuell bin ich da nicht so wirklich anzutreffen. Also kommen wir zu Powell, kommen wir zu Jackson Hole, kommen wir zu den Äußerungen von gestern. Interessanterweise, und das ist das, weswegen ich jetzt auch da jetzt ein bisschen was zu sagen kann, in soziale Medien, obwohl das eigentlich ja nur ein beiläufiges Thema ist. Eigentlich gibt es nicht so viel zu sagen zu Jackson Hole und zu Jay Powell, weil wir wissen alles schon, was da gestern passiert ist. Denn all das, was ich schon erwartet hatte und hier in meiner Analyse zu gestern, beziehungsweise auch darüber hinausgehend schon am Vortag im Grunde genommen angedeutet hatte, in welche Richtung das geht, was wir gestern hier on the time morning meeting abgedeutet haben, ist eins zu eins genauso geliefert worden. Jay Powell hat ein Inflationsziel, ein Durchschnittsinflationsziel kommuniziert, welches die FED anstrebt, mit dem Ziel, dass dieses dann eben tatsächlich auch zu wirtschaftlichem Wachstum führt, dass entsprechend eben, ja, dass Inflationsziele von 2% langfristig erreicht werden. Jay Powell hat in diesem Zusammenhang eben auch gesagt, dass der Arbeitsmarkt eine ganz wesentliche Rolle spielt und fertig. Das war das, was erwartet worden ist. Und wenn sich die Reaktion dann im Markt zeigt auf eine Relativierung, die ich allerdings jetzt gar nicht mal so dramatisch erachte, also gestern auf die Infra-Day-Action bezogen, ja, könnte man sagen, sie hatte kurzfristig ein bisschen mehr Dramaturgie, die es nach sich gezogen hat, aber er sagte eben, dass dieser Overshoot der Inflation, also das Überschießen eben in Bezug auf die Inflationsziele von 2% und darüber hinausgehen, dass das eben nur moderat sein wird und das wird auch nicht lange sein, dass eben dieser Overshoot auf den Weg gebracht worden ist. Das wurde schon an diversen Stellen, wurde das schon so bezweifelt, ob das tatsächlich der Fall ist. Es wurde sogar an der einen oder anderen Stelle dann über diverse Twitter-Kanäle, wurde er der Lüge bezichtigt, beziehungsweise es wurden dann eben auch tatsächlich gestern schon Kommentare von zum Beispiel Fett Bullard, St. Louis Fettchef oder Fettpräsident eben offenbar, weil sich ja die Frage stellte, das ist ja dehnbar wie Kaugummi, also so eine Aussage. Ja, wir werden es zulassen, dass wir die Inflation überschießen lassen und das wird allerdings nicht eine besonders lange Zeit sein. Also wir könnten es egal wie, also wir könnten auch sagen, wir lassen zu, das überschießt die Inflation und wir lassen das eben für eine verlängerte Zeit zu. Ja, egal wie du es sagst, es ist unterm Strich unglaublich dehnbar. Was heißt denn jetzt überschießen lassen von Inflation? Zweieinhalb Prozent? Drei Prozent? Fünf Prozent? Zehn Prozent? Was heißt denn für eine längere Zeit oder für eine in der Stelle nicht so lange Zeit? Ein Jahr? Fünf Jahre? Zehn Jahre? Also du kannst dir im Grunde genommen, kannst du dir das Beste für dich rauspicken und im Endeffekt das dann im Gesamtkontext für dein Trading im Grunde genommen Anwendung finden lassen und ausgehend hiervon eben überlegen, ob du Positionierung eben dann zum Beispiel längerfristig in Gold aufbaust und sagst, gut, das ist ein klassischer Inflationshedge, aber es ist wirklich eigentlich nichts sagen, was da gestern passiert ist. Und das ist extrem enttäuschend. Das hat der Markt auch dann so quittiert. Wenn wir uns den Kursverlauf anschauen, also hier sehen wir die Rede von Paul. Wir haben gestern alles in allem Jahr zunächst Initialabschläge gesehen. War so ein bisschen die Folge, also war eine Korrektur. Und dann zurückpendeln, auch wir haben im Zusammenhang beispielsweise mit Gold ja gesehen, Gold hat einen Großteil seiner Aufschläge von Dienstagabend, Verzeihung, Mittwochabend war es, Verzeihung, Mittwochabend wieder hergegeben. Also das bedeutet etwas anders. Das war eine Korrektur, die erstmal, ja, vielleicht ein bisschen Antizipation wurde wieder abverkauft. So will ich es machen, so will ich formulieren. Und dann kommt die Rede von Paul und wir sehen, es sind kurzzeitig mal, ist ein bullischer Spike initiiert worden. Also wir müssen auf die Zeit gucken. Die Rede lief an um 15.10 Uhr und wir sehen hier 15.15 Uhr die Kerze. Die hat dann zunächst mal einen bullischen Impuls nach sich gezogen, der auch korrespondierte mit gleichzeitig hier Gold, dann gehen wir jetzt auch mal auf die 5-Minuten-Betrachtung, aber wesentlich extremer in der Tat. Hier mit diesem Spike auf der Oberseite, 15.10 Uhr geht es los und dann beschleunigt Gold. Also initial, die ersten Formulierungen haben bereits bullische Momentum nach sich gezogen und das baute sich fortwährend immer weiter auf. Lief dann bis 15.20 Uhr, 10, 15 Minuten und das war dann auch der Bereich, in dem man im Forum hat lesen können oder auch meinerseits hier bei Twitter zum Beispiel, wo ich sagte, Gold, Silber, beide initial bullisch. Also wir können das Bild von Gold 1 zu 1 übertragen auf Silber und Silber hat in diesem Zusammenhang auch die 28er-Region, wie gestern im Morning-Meeting angedeutet, schon angelaufen. Allerdings mal schauen, ob das nachhaltig ist, weil es ist darüber hinaus ja nichts passiert. Also das heißt, er hat das gesagt, was wir schon wussten im übertragenen Sinne. Also wir haben es im Morning-Meeting gehabt. Ich bin davon ausgegangen, dass so eine Kommunikation kommt. Sie wurde geliefert, aber darüber hinausgehend wurde nichts gesagt. Es war im Grunde genommen eigentlich ein Non-Event, eine nicht wirklich vertrauenserweckende Kommunikation, die da seitens Jay Powell eben auf den Weg gebracht ist, im Hinblick eben auf die Langfristigkeit, wenn wir uns überlegen, dass es ja hier auch eben um eine Vision geht. Wo wird es mit der Geldpolitik seitens der FED eben tatsächlich hinlaufen in den kommenden Jahren vielleicht auch tatsächlich, also mindestens mal in den kommenden zwölf Monaten. Da ist nichts geliefert worden und das macht sich dann sofort bemerkbar in dem entsprechenden Ausverkauf hier. Und das ist natürlich eine Reaktion. Also ich will das mal kurz aus der tradingtechnischen Perspektive auch einfangen. Also ich habe ja eine längerfristige Position. Also eigentlich macht mich das jetzt nicht wirklich nervös, weil sich an meinem grundsätzlich fundamentalen Bild nichts geändert hat. Aber der Markt, der gibt ja natürlich ein Feedback, wie er diese News eben jetzt aufnimmt. Und was wir eben hier sehen können, ist, dass relativ zügig nicht nur es stärkere Abwärtsdynamik gab, sondern eben Gold tatsächlich sogar nochmal den Bereich um seine Wochentiefs in den Mittelpunkt des Geschehens rückte. Und diese nicht nachhaltige initiale Bewegung und dieser dann aufkommende Druck, der hat schon deutlich Enttäuschung widergespiegelt. Also wie gesagt, in Edelmetallen nochmal wesentlich mehr als eigentlich in Equities. Das ging in Anführungsstrichen noch, also das war jetzt nicht wirklich dramatisch, was wir hier dann auf der Fünf-Minuten-Ebene gesehen haben. Da kam Abgabedruck auf. Ja, es kam eine Attacke auf die 13.000er-Region, die, wir werden gleich sehen, auf der Stunde auch eine entsprechende Signifikanz eben hat. Aber es ist jetzt nicht irgendwie dramatisch gewesen. In Gold, in Edelmetallen generell, auch in Silber war der verstärkte Abgabedruck schon, also es war schon sehr enttäuschend, möchte man fast sagen. Also nach der letzte Woche, nachdem die letzte Woche das FED-Sitzungsprotokoll hier diese Yield-Curve, dieses Yield-Curve-Control eben eine Absage erteilt bekommen hat, im übertragenen Sinne. Also das heißt, die FED-Mitglieder oder mehrere FED-Mitglieder sich eben da eben skeptisch geäußert haben hinsichtlich der möglichen Explosionen, hinsichtlich der FED-Bilanz generell, dass das eben dazu beiträgt, dass man eben diese Yield-Curve-Control zeitnah nicht in Betracht zieht, kommen jetzt eben dieses Durchschnittsinflationsziel, was ausgegeben wird, aber auch das eben nur sehr, ja, vage formuliert, einfach nicht wirklich mit klaren Vorgaben, mit einer ultradorwischen Rhetorik, also nicht, dass wir uns verstehen, es ist ultradorwisch, was da kommuniziert wird aktuell und es zeigt auch, in was für einer unglaublich fatalen Situation wir uns offensichtlich auch global befinden, konjunkturell nach dem Corona-Lockdown und dass dieser Schuldenexzess, der dort eben jetzt rund um den Globus seitens diverser Regierungen initiiert wurde, dass der geplant wird, über die Notenbankpresse zu finanzieren und das hat langfristig massive negative Konsequenzen im Hinblick auf die Kaufkraft dann auch der betroffenen Währungen zur Folge mit Sicherheit, aber darüber hinausgehend wäre das eben nochmal ein zusätzlicher Katalysator, der dann dieses jüngste bullische Momentum zum Beispiel in Edelmetallen auf der Oberseite initiiert und jetzt wird es eben interessant, jetzt sehen wir eben Equities, die hier aktuell eine, ja, stärkere Abschläge sehen, die sich dann interessanterweise über den asiatischen Handel nicht weiter fortsetzen, also die asiatischen Vorgaben, ich muss auch sagen heute früh, noch bevor die Kasse reingekommen ist, bin ich alles in allem, bin ich alles in allem wirklich davon ausgegangen, dass das vielleicht sogar jetzt nach einem kurzen, nennen wir mal Schockmoment, dann sich doch in einem relativ grünen Wochenschluss eben widerspiegelt alles und dann kommt die Kasse rein und der Abgabedruck, der sich dann hier aufbaut, der ist ein relativ klares Signal, also die Enttäuschung hält an und aktuell kann sich der DAX gerade so, also jetzt mittlerweile haben wir eine schärfere Gegenbewegung gesehen, aber der Intraday-Vorteil bleibt unterhalb des EMA 50 auf 5 Minuten Basis hier, zumindest ist es für mich weiterhin ganz klar bearish, oberhalb von 13.000 ist der Modus noch neutral, aber die 13.000er Marke, die sollte eben tatsächlich schon halten. Andernfalls besteht nämlich die Gefahr, dass es hier zügig zu weiteren Abschlägen kommt und das ist dann übergeordnet noch keine dramatische Eintrübung des charttechnischen Bildes, aber setzt zumindestens mal in den kommenden Tagen würde weiteres Abwärtspotenzial freisetzen, welches uns mindestens bis in Gefilde hier um 12.750, 12.800 Punkte führt beziehungsweise darunter sogar die Region um 12.500 Punkte freisetzen könnte. Und genau da sind wir dann eben auch bei der Möglichkeit, dass es eben zu einem sich selbst näherenden Prozess kommt im übertragenen Sinne, infolge dieser sehr starken Aufwärtsbewegung, die wir im Growth-Aktienbereich, querstrich im Tech-Sektor ja gesehen haben, dass das eben dann anfängt, eben in dem Moment hier auf den europäischen Aktienmarkt überzuschwappen, dass eben eine tiefere Korrektur sich im Bereich eben US-Equities beginnt abzuzeichnen, infolge dieser Enttäuschung, wie gesagt, dovish ja, aber nicht ultra-dovish, also Yield-Curve-Control hat eine Absage erfahren, gestern wurde nur geliefert, was erwartet wurde, durchschnittliches Inflationsziel, das sind bis dahin erstmal Maßnahmen, die nicht in der Lage sind, diese aktuelle Hosse eben im Aktienmarkt, im US-Aktienmarkt besonders weiter zu tragen, von dem der DAX ganz besonders natürlich abhängig ist. Das soll allerdings jetzt nicht relativieren, was wir an Performance hier gesehen haben, also wenn wir uns mal den S&P anschauen und den weiter ganz klar vorhandenen bullischen Modus, also das ist der S&P jetzt auf Stundenbasis, die Long-Sequenz hier bleibt auf Stundenbasis mindestens so lange intakt, wie wir über 3470 Punkte handeln, um das ganze Bild mal einzuordnen, was wir hier sehen, also diesen, diesen auch besonders im August aberwitzigen Lauf, um das einzuordnen. Ich habe heute früh dazu mal ein bisschen was geschrieben, Statistiken, über die ich gestolpert bin, hier, also die hat Ryan Detrick von LPL Financial wieder zur Verfügung gestellt, das war der, oder jener Twitter-Account, den ich euch empfehle, auf jeden Fall zu folgen, solltet ihr bei Twitter aktiv sein und der hat einfach mal hier so ein bisschen eingeordnet, jetzt, wir haben zwar noch heute und dann auch Montag, bis der Monat August eben beschlossen ist, aber um mal die Performance, die der S&P da hingelegt hat, einfach mal einzuordnen, aktuell 6,5% im Monat August im Plus. Wir sollten uns immer Folgendes vor Augen führen, warum ist das erwähnenswert? August ist normalerweise zyklisch betrachtet ein schwacher Börsenmonat. Der schwächste im Jahr ist der September, der zweitschwächste ist normalerweise der August. Dass wir da so eine Performance sehen, ist schon mal eine Hausnummer in der Tat. Also wir haben vor rund einem Monat, haben wir nicht, aber ich hatte dort ja die Vertretung für den Heiko beim Guten Morgen DAX bei Admiral. Da hatte ich im Zusammenhang mit dem Nasdaq auch diese Saisonalität hier thematisiert und hatte gesagt, also wir steigen jetzt in ein zyklisch nicht sehr günstiges Börsenfenster eigentlich ein. Positiv ist, dass wir ein US-Präsidentschaftswahljahr haben. Das ist normalerweise eigentlich so ein Zeitfenster, wo man sagt, da könnte es wenigstens eine Stabilisierung aus der Perspektive geben, also rein zyklisch betrachtet. Aber das ist alles kein Thema offensichtlich. Also wir sehen hier 6,5% plus, die der S&P zugelegt hat. Bester August seit 1986. 15 positive Tagesschlüsse. Tagesschlüsse. Also wir können uns mal den Tageschart angucken hier im S&P. Das hier ist der 4. August, 3. August, das war der erste Handelstag. Das ist eine erste Kerze, also die erste grüne Kerze. Wir haben hier 1, 2, 3 von aktuell und jetzt müssen wir mal kurz zählen. Ich müsste jetzt mal, einen Moment, ich zähle mal ganz kurz die Handelstage insgesamt. 15 haben wir auf jeden Fall. Samstag war keiner. 20. Ja, heute ist der 20. Handelstag. 17 Tagesschlüsse. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo du hier die Eröffnung siehst und wo du den Schluss siehst tatsächlich. Das sind mindestens 17 aus 20. In dem Fall bei dieser Betrachtung von Ryan Daktrick sind wir 15 positive Tagesschlüsse. Die meisten für jeden Monat in diesem Jahr. Die meisten seit August 2013. Also wir haben anders formuliert, wir haben 3 von 20 Handelstagen aktuell haben wir grün geschlossen im S&P. 2 separate 6-Tages-Gewinnstrecke, also 6 Tage in Folge, die der S&P positiv geschlossen hat. Das hat es noch niemals zuvor gegeben, was wir hier gerade sehen. Noch nie zuvor. Nicht, dass das nachhaltig wäre und wir sollen uns mal vor Augen führen. Wir haben 30 Millionen Arbeitslose in den USA. Ein kompletter Kollaps der Wirtschaft. Aber die Hosse nähert an der Stelle die Hosse. Und wir sind jetzt genau in diesem Umfeld, was ich schon damals sagte, unterschätzt nicht den Willen des Establishments ganz besonders, hier weiter dieses System am Leben zu halten und es zu melken bis zum Dort hinaus. Die Frage ist, wie lange es gut geht. Also das heißt, wann früher oder später mal der Rubicon überschritten ist und dann entsprechend sich beginnt in der Bevölkerung, besonders in jener, die von dieser Hosse nicht profitiert. Wir müssen uns immer vor Augen führen. Die Fed, die sagt zwar, dass sie hier nicht zur Ungleichheit in der Bevölkerung beiträgt, die Reichen reicher macht und die Armen immer ärmer macht. Aber Fakt ist eben, dass 10% der Topverdiener in den USA 87% der Aktien halten. Und wenn man sich diese Hosse anschaut, dann wissen wir genau, wer dort reicher wird und auf wessen Kosten es eben tatsächlich geht, besonders vor dem Hintergrund dieser politischen Entwicklung, die wir eben im US-Kongress sehen, mit diesem Hick-Hack, mit Ausblick auf die Präsidentschaftswahl, eben im Hinblick auf die weitere Unterstützung, jener, die eben durch den Corona-Lockdown ihren Job verloren haben beziehungsweise jetzt aktuell nicht wissen, wie sie eben entsprechend am Ende des Tages Essen für ihre Familie auf den Tisch stellen können. Und Fakt ist also auf jeden Fall, das ist wirklich historisch, was wir gerade hier zu sehen bekommen, sollten wir im Hinterkopf behalten. Natürlich ist das massiv überdehnt, aber nichtsdestotrotz, es ist etwas, was eben zunächst einmal sich weiter nähert und weiter bullisch ganz klare Vorgaben verspricht. Auf der Kehrseite, was aber uns auch früher oder später mal mit einem gehörigen Knall um die Ohren fliegen könnte. Besonders, wie gesagt, wenn es zu dieser Rotation von Growth in Value zurückkommt. Also das bedeutet, wenn besonders Tech-Aktien dann stärkeren Abgabedruck sehen. Das kann eine sehr tiefe, sehr scharfe Korrektur geben. Nochmal, zyklisch, September ist gemeinhin als schwächster Börsenmonat bekannt. Sollte man sich ausgehend hier von jetzt Short positionieren, so weit würde ich nicht gehen. Ja, also das heißt, Chance-Risiko-Fallende Station sind Long-Engagements mit Sicherheit durchwachsen, mindestens. Man sollte allerdings jetzt nicht sich antizyklisch Short positionieren in Erwartung einer Korrektur, man sollte sie aber im Hinterkopf behalten. Also das bedeutet, besonders wenn man jetzt mittelfristiger tradet, vielleicht auf Tagesebene Setups eingebt beispielsweise, hier berücksichtigen, dass früher oder später mal durchaus ein schärferer Rücksichter kommen könnte, dass der um die Ecke schauen könnte. Und vielleicht haben wir gestern den ersten Knacks gesehen, was halt interessant ist, finde ich, dass Gold darauf nicht reagiert oder Edelmetalle jetzt aktuell. Also initial ja, aber der Fakt, dass wir eben jetzt hier diese Abschläge von gestern komplett wieder aufholen, das ist echt ein starkes Signal. Also denn in diesem Umfeld, was ich gerade skizziert habe, das ist zwar Bullish for Equities und es ist davon auszugehen, dass dieser geldpolitische Exzess nicht nur anhält, sondern eben auch, dass sollte es mal volatiler werden, eben zügig dann entsprechende Stücksungsgäufe getätigt werden, Stichwort Plunge Protection beispielsweise, dass das eben dann auch in der Lage ist, dafür Sorge zu tragen, dass erst gar keine schärfere Korrekturbewegung sich abzeichnet. Aber dass Gold jetzt darauf entsprechend so stark reagiert, auf einen eigentlichen Umfeld, welches dann, ich habe es auch gerade schon ABC gelesen, kurz einen Augenblick, gehe ich immer noch von der ABC-Korrektur aus. Also sie ist ein Thema, also sie ist noch nicht ad acta gelegt, aber ich bin infolge dieser aktuellen Price Action positiv genug zu sagen, ich kann mir vorstellen, besonders auch dann hier, sollte es jetzt in den Folgestunden, also wir haben ja immer noch rund 12 Stunden für diese Handelswoche, sollte es hier zu einem Überwinden dieser Hochs kommen, die wir gestern ausgebildet haben, nennen wir sie mal Jackson Hole Übertreibungshochs, also das ist der Bereich 1975 US-Dollar ungefähr, dann ist es sehr realistisch, dass wir mindestens noch mal einen Lauf in Richtung der 2000er-Region sehen, und wenn es dann, früher oder später, also nicht heute, auch nicht zwangsläufig jetzt am Montag direkt, aber in den folgenden Tagen, sollte es dann zu einer Eroberung dieses Korrekturhochs kommen, also nachdem wir diese scharfen Abschläge hier am 11. August gesehen haben, also das ist der Bereich ungefähr um 2015 US-Dollar-Profinance, sollte es diesen Bereich, sollte dieser nicht halten als Widerstand, sondern überwunden werden können, dann ist diese ABC-Korrektur für mich jedenfalls kein Thema mehr, also das ist jetzt noch ein weiter Weg, aber nichtsdestotrotz einer, der besonders, wenn man sich die derzeitige Price Action anschaut, realistisch erscheint, also ich muss sagen, gestern Abend, als ich meinen Tag Reviewed habe, als ich mir Gedanken auch immer mit Positionen gemacht habe und dergleichen, habe ich mir gedacht, Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt so ein ABC zu sehen bekommen mit einem Push Richtung 1800 ist durchaus gegeben. Warum mache ich mir darüber Gedanken? Nun, wenn du eine Position hältst, besonders auch langfristig, also wir reden ja jetzt nicht von einem Intraday-Setup, sondern für einen längerfristigen Trade, einen Global-Macro-Trade an der Stelle, dann musst du dich mental auch auf diese Korrekturbewegung, besonders wenn du planst, einen größeren Trade zu handeln, äh, nicht größeren Trade, einen größeren Trend zu handeln, ähm, dann musst du dich mental auch darauf vorbereiten, um eben bei diesen Korrekturbewegungen eben nicht wahnsinnig zu werden, in Anführungsstrichen, also nicht, dass es so dramatisch wäre, aber das ist ja nicht der erste längerfristige Trade, den ich eingehe und ich kann aus meinen Erfahrungen über die Jahre sagen, dass es extrem schwer sein kann, also schon schwierig war, wenn man hier an einem Tag plötzlich 5-6% Korrektur in Gold eben tatsächlich sieht und, ähm, demnach bereitest du dich mental so ein bisschen darauf vor, das macht es erträglicher, es ist nicht, dass es schön ist, aber es macht es erträglicher, solch eine tiefere Korrektur eben, ähm, dann zu sehen zu bekommen. Jetzt mittlerweile, und das ist noch keine 24 Stunden her, muss ich sagen, ich bin echt überrascht, hätte damit nicht gerechnet, also ich hab wirklich mir vor Augen geführt, wie würdest du morgen aufstehen, in jenem Moment, wenn du siehst, Gold ist jetzt unter 1.900 US-Dollar gefallen, also visualisierst das dann auch wirklich, ähm, und, äh, äh, das war für mich eigentlich abgemacht, dass wir diesen Bereich anlaufen. Er ist immer noch ein Thema, also dieses Szenario ist weiterhin auch eine, eine, eine Option, aber aktuell sieht es eher danach aus, als wenn wir, als wenn wir nochmal eine ernsthafte Attacke überraschenderweise auf die 2.000 starten würden. Und das ist wiederum etwas, ähm, das kann man recht gut, finde ich, lesen, aus psychologischer Perspektive, oder trading-psychologischer Perspektive, das hatte mal, äh, Marty Schwartz in einem Interview gesagt, mit Magier der Märkte, der sagte mal, ähm, ähm, wenn deine schlimmsten Vorstellungen, das hört sich jetzt sehr dramatisch an, weil, wie gesagt, also weder ist die Position riesengroß, dass sie irgendwie existenzielle, ähm, ähm, Auswüchse annehmen würde, ganz im Gegenteil, ähm, ähm, geschweige denn, dass ich nicht in der, an der Stelle eben auch, ähm, ähm, in der Lage wäre, dann selbst eine Korrektur tieferer, ähm, ähm, aus, auszusitzen. Aber, ähm, das, was eben in diesem Zusammenhang, ähm, Schwarz mal sagte, war, wenn der Trade, der die schlimmsten Vorstellungen übertragenen Sinne nicht vollzieht, sondern stattdessen eben, ähm, das Gegenteil auf den Weg bringt, also Schlimmste bedeutet eben, dass der Trade gegen dich sich entwickelt, ähm, dann ist das meistens gar keine so schlechte Idee, nochmal nachzulegen, denn es könnte sein, dass das der Beginn von einer sehr, sehr starken Rallye ist. Ich hab das jetzt nicht vor, nachzulegen, aber an diese, an diesen Moment erinnere ich mich jetzt in diesem, also an dieses Interview, an diesen, an diese, an diesem Moment, wo er das in diesem Interview eben sagte. Und, ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin überrascht, ich bin erstaunt und, ähm, ich nehme es gerne an, ähm, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, also, ich bin weiterhin, solange wir unterhalb von 2015 US-Dollar, ähm, ähm, handeln, bin ich dahingehend noch vorbereitet, dass solch ein ABC kommen könnte. Aber die Wahrscheinlichkeit schwindet, dass nämlich jetzt in Folge eigentlich potenzieller, ähm, tieferer Korrekturen triggender Events, Yield Curve Control, die eigentlich die Absage erfahren hat, beziehungsweise erstmal ad acta gelegt wurde, beziehungsweise, ähm, die Äußerung von Paul, dass die eben diesen, dieses bärische Momentum nach diesem scharfen Lauf eben nicht initiieren. Das ist eigentlich ein starkes Zeichen, was Gold da zeigt, ähm, beziehungsweise Edelmetalle generell, auch Silber, das gleiche gilt für Silber eben tatsächlich. Und da ist es dann eben so ein bisschen, ähm, psychologisch die 28er-Region tatsächlich. Ja, Euro-US-Dollar, da können wir gleich einen Blick drauf werfen. Also auch die, ähm, Schwäche generell im US-Dollar. Also es ist derzeit definitiv US-Dollar-Schwäche, ähm, ähm, getragen. Also wir können das im Grunde genommen 1 zu 1 anwenden auch, wenn wir uns hier den Euro-US-Dollar jetzt betrachten. Ähm, das ist jetzt der Tageschart. Es ist ganz, ganz, ganz schwach, was hier, ähm, der US-Dollar präsentiert. Das ist ganz schwach. Ähm, wir werden gleich auch noch einen ganz interessanten Blick werfen, übrigens, ähm, Stichwort Zinsen, denn das wird keiner erklären können. Wenn du dir diese Performance jetzt im US-Dollar anschaust und du schaust zeitgleich auf 10-jährige Zinsen und auf 30-jährige Zinsen, dann siehst du wirklich eine, ich gehe jetzt mal hier ganz kurz auf den Twitter-Account von Jeroen Blochland, der hat die 30-jährigen Zinsen eingefangen. Wir gucken gleich uns bei TradingView die, äh, 10-Jährigen an. Hier, das ist die Performance Post Paul auf die Kommentare, ähm, seinerseits in Bezug auf eben das Zulassen einer über durchschnittliegenden Inflation, ähm, und das Überschießen der 2-Prozent-Zinsen. Wir sehen an der Stelle hier, also zurückgehend eigentlich schon für die letzten Tage, die letzten Handelstage, ähm, die 30-jährigen Zinsen haben über 20 Basispunkte zugelegt. Hier eine wirklich echt scharfe Rally von 1,36, 1,37 Prozent. Hier 20 Basispunkte von den gestrigen Tiefs hochgezogen. Wir sehen zeitgleich 10-jährige US-Zinsen, die über 0,7 Prozent laufen. Also hier, das ist, das sieht man nicht so gut, aber wenn wir auf eine 15-Minuten-Basis gehen, dann wird das auch klar. Also 1 zu 1 äquivalent nicht überraschend. Also 30-jährige Zinsen, 10-jährige Zinsen, die, ähm, haben entsprechend eine starke, ähm, ähm, Korrelation zueinander. Natürlich. Und was wir jedenfalls hier sehen, ist ein stark anziehender Zins. Und was erwartest du, wenn der Zins einer Währung, äh, der zugrunde liegende, also der Zins zieht an, dann sollte die zugrunde liegende Währung sollte an Attraktivität eigentlich gewinnen. Dass der US-Dollar dermaßen regelrecht zerschossen wird aktuell, also derart stark unter Druck gerät, Gold so stark performt, wie es Gold gerade sieht. Dollar japanischer Yen, der normalerweise sehr positiv, stark positiv korreliert ist zum, ähm, zum 10-jährigen Zinsen. Dass der derart, ähm, ähm, hier unter Druck gerät, Dollar Yen. Also Price-Action-technisch guckst du drauf und denkst dir, naja gut, das ist eine rote Kerze. Das ist kein Trend, der sich etabliert hat, das ist ein shoppiges Marktumfeld. Aber wenn du das kurzfristig betrachtest, ähm, dann muss man sagen, ist das ein klares Signal, was der Markt sendet. Nämlich, wir erwarten, dass die FED früher oder später aktiv werden muss. Die Kommunikation von gestern, die war im Grunde genommen nur ein Aufschieben eines unausweichlichen früher oder später seitens der FED zu erwartenden Schrittes in Richtung Zinsstrukturkurvenkontrolle. Also sie kommt nicht umher. Also im Grunde genommen, das ist das, was ich meinte mit, eigentlich hat Paul gestern nichts gesagt. Das ist im Grunde genommen der Niedergang des US-Dollars, der schon seit zehn Jahren in Folge des QE-Programms, was die FED dort damals, ähm, im Anschluss an die große Finanzkrise, ähm, 2008 eben, ähm, kommuniziert hat. Es ist im Endeffekt, ähm, vorgefertigter Pfad, der weiter beschritten wird. Deswegen war es nicht wirklich historisch, es war nichts Neues. Es wird einfach der Weg weiter beschritten, der eben beschritten wird. Sprich, man wird eben an dieser Stelle alles dafür tun, den Zins niedrig zu halten, weiter massiv Liquidität ins System zu pumpen, das System auf Gedeih- und Verderb im übertragenen Sinne am Laufen zu halten. Und das spiegelt sich eben in der Performance gerade im US-Dollar eben wieder. Also wir sehen, wie gesagt, Dollar japanischer Yen, der unter Druck gerät, trotz anziehender US-Zinsen, sowohl 10 als auch 30 Jahre. Wir sehen den Euro-US-Dollar, der über die 1,19 strebt, vielleicht sogar den Weg jetzt einschlägt in Richtung der 1,20er-Region. Scheint durchaus realistisch. Also wir sind noch weiter konsolidierend, aber nichts desto trotz, die Reaktion ist einfach klar. Also das, was hier kommuniziert wird seitens des Marktes, ist, du willst keine US-Dollar halten in dem Umfeld. Also die FED ist wirklich willens alles in ihrer Macht Stehende zu tun, den US-Dollar auf Gedeih- und Verderb weiter zu schwächen. Und das ist eben etwas, was eben jetzt überrascht, was mich dahingehend überrascht erstmal oder positiv überrascht, dass eben Gold zum Beispiel auf steigende Zinsen nicht negativ reagiert. Aber man kann sich jetzt bereits auf diese Reaktion ja vorstellen, was passiert, wenn der Schmerz in übertragenem Sinne zu groß wird. Und das ist das, was jetzt eigentlich interessant wird. Das, was jetzt spannend wird, wird sein, wie lange lässt die FED den Zins steigen? Wie lange lässt sie zu, dass die Zinsen anziehen? Denn anziehende Zinsen, die jetzt dann hier in diesem Moment eigentlich in einem Umfeld sich widerspiegeln, in welchem wir einen wirtschaftlichen Abschwung in den USA sehen. Also bei allem Respekt für die jüngsten Wirtschaftsindikationen, aber die Arbeit, besonders der Arbeitsmarkt spiegelt hier im Kern wieder, dass die USA einer massiven Depression sich gegenüber sehen. Ja, also das muss man ganz klar auch so formulieren. Der Aktienmarkt hat sich komplett von der realwirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt. Wir haben also ein Umfeld, welches wirtschaftlich alles andere als wirklich stark solide ist. Die FED, die bereits im übertragenen Sinne All-In ist und alles an Liquidität zur Verfügung gestellt, eine politisch unglaublich instabile Gesamtsituation und in dem ziehen die auch jetzt noch die Zinsen an. Stag-Fraktion lässt grüßen, also bedeutet etwas ganz anders formuliert, was wir jetzt hier in diesem Kontext sehen, ist im Grunde genommen eigentlich so eine Art, ja vielleicht sogar Endgame, was dort eingeleitet werden könnte. Es hört sich sehr dramatisch an, aber ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt, was wir gerade zu sehen bekommen, ist das langfristig nicht zu unterschätzen. Also die Reaktion des Marktes, ich würde sie nicht überbewerten. Also jetzt aktuell für uns Intraday, technisch betrachtet, sehr interessant, ja, und sicherlich auch spannend zu betrachten und auch mit den entsprechenden Rückschlüssen, die man ausziehen kann. Vielleicht stellt sich das Bild nächste Woche schon wieder komplett anders dar. Aber müsste man es jetzt so betrachten und entwickelt sich das weiter, also beschleunigt sich diese Tendenz? Geht der Euro zum US-Dollar über die 1,20? Sehen wir weiter dennoch anziehende US-Zinsen? Dann werden wir früher oder später sehen, dass die FED aktiv werden muss, Yield Curve Control, Deckel des Zinses installieren muss und das wird dann potenziell zu einer regelrechten Kurs-Explosion führen. Will ich dann den Euro gegenüber dem US-Dollar long sein? Ich bin dann eher bei Gold, das muss ich ganz ehrlich sagen, beziehungsweise auch bei Bitcoin beispielsweise, aber auch zum Beispiel im Mining-Bereich wird es dann sehr interessant. Da sind wir dann im GDX zum Beispiel, das ist ein ETF, der Goldminentitel eben abbildet, zum Beispiel, also Stichwort Barrick Gold zum Beispiel, das ist jetzt letztens ein Thema gewesen mit Warren Buffett, der dort eine halbe Milliarde, glaube ich, reingestellt hat, zum Beispiel. Also nur ein Beispiel in diesem Zusammenhang, was eben tatsächlich dann, ja, was eben dann nochmal einen zusätzlichen Katalysator finden würde, sollte die FED sich gezwungen sehen, das zu tun. Und zurückkommt jetzt bezogen auf den Aktienmarkt, das könnte der Trigger sein. Also wenn die Aktienmärkte, die aktuell derart stark gelaufen sind, S&P, Nasdaq und dergleichen, wenn es hier zu einer Korrekturbewegung kommt, die ähnliche Auswüchse vielleicht sogar annimmt, wie wir sie im März gesehen haben, vielleicht reicht auch schon tatsächlich wesentlich weniger. Und anziehende Zinsen in diesem Umfeld sind ein Trigger, also ein potenzieller, den Kreditmarkt stärker austrocknender Trigger, welcher dann eben solch eine Korrekturbewegung initiieren könnte. Wenn die FED sich in Folge dessen gezwungen sieht, diesen Rate Cap zu installieren, dann wäre im Grunde genommen der Aktienmarkt, der Drop oder der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und der dann eben diesen massiven Run eben in Gold, ganz besonders in Silber, vielleicht Silber, da sind wir wieder bei der Outperformance, eben Bullish, beziehungsweise im US-Dollar sehr stark Bearish eben triggern würde. Ja, ja, so jetzt einfach mal das Rundebild an der Stelle. Ich gucke jetzt mal ganz kurz noch in die Chatbox, wo jetzt sehe ich gerade, einen Moment, Sell-Off mit Equities, genau, also das ist, was ich jetzt gerade sagte, also das war noch die Frage von David hier an der Stelle, das könnte kurzfristig, also sollte so ein Equity-Sell-Off kommen, ein schärferer Rücksetzer, der die FED zwingt, aktiv zu werden, in Folge jetzt anziehender US-Zinsen, könnte das kurzzeitig sicherlich Gold oder auch Silber unter Druck bringen, ob das allerdings eine tiefe Korrektur nach sich zieht oder ob wir uns da nicht eher konsolidierend dann präsentieren und es dann anschließend einen scharfen Schub auf der Oberseite gibt, das bliebe erstmal abzuwarten. Also jetzt ausgehend von meiner Positionierung würde ich mir gerne diesen Schärfer- und Rücksetzer sicherlich sparen, aber er ist durchaus eine Option, ob das allerdings dann dieses ABC-Muster zum Beispiel in Gold mit 1.800, 1.850 anzielen lässt, es ist irgendwie, da sind wir wieder bei dem, was ich auch schon unter der Woche mal sagte, es ist einfach zu offensichtlich, es erwarten zu viele im übertragenen Sinne, also ich kann an vielen Ecken und Enden kann ich genau dieses Szenario sehen und die werden mit Sicherheit jetzt auch überrascht sein, weil eben eigentlich fundamental der Trigger geliefert ist, aber Gold sich dem komplett in der Lage ist zu widersetzen, trotz anziehender Zinsen und deswegen ich, wie gesagt, noch ist es eine Option, aber die Wahrscheinlichkeit, die nimmt meiner Einschätzung nach, die nimmt ein wenig ab. Ok, so, jetzt gucken wir es kurz. Ok, 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 ok. Okay, also ich hoffe, ich habe jetzt alles gelesen, aber ich glaube, alle Fragen dürfen beantwortet sein. Also falls es noch was sein sollte, dann schreibt es doch mal. Bitte, wenn ich jetzt irgendeine Frage nicht abgearbeitet habe. Euro, US-Dollar. Ja, gerade im skizzierten Szenario, Intraday, jetzt sind wir bei der übergeordneten Ebene gewesen, jetzt mal von übergeordneten mal in die untergeordneten Zeitebenen. Also ich bin offensichtlich für den US-Dollar alles andere als positiv. Auch gestern hier, regelrechte Whip-Saw-Action sagt man, also kurzer Spike nach oben. Das war dieser Push, der eben auch Gold beispielsweise nach oben geschoben hatte, Silver, Equities und dann kommt eben dieser schärfere Pullback, aber offensichtlich wird der komplett abverkauft. Wir sind sogar auf höhere Hochs gestiegen als gestern. Das ist ein sehr stark bullisches Signal und favorisiert im Euro-S-Dollar eben auch kurzfristig ganz klar die Long-Seite. Also bedeutet etwas anders formuliert. Ich gehe davon aus, dass wir sehr realistisch Potenzial haben, jetzt zeitnah wirklich die 1,20er-Region anzulaufen. Möglicher Trigger, wie gesagt, in dem Moment, wo in irgendeiner Form vielleicht auch sich mal kurzzeitig dann mit Pullback in US-Zinsen eben abzeichnet, der vielleicht erstmal nur kurzfristig wäre, ohne entsprechende Kommunikation seitens der FED, weil er Spekulationen nährt, dass da vielleicht schon erste Interventionen tatsächlich stattfinden. Also im Grunde genommen ist der US-Dollar gerade in einer Lose-Lose-Situation. Wirtschaftsindikationen, die jetzt veröffentlicht worden sind, die haben schon in der jüngeren Vergangenheit nicht dazu beigetragen, dass der US-Dollar wirklich sich stärker präsentiert hat. Jetzt kommt eben auch noch ein zu anziehender Zins, der nicht in der Lage ist, den US-Dollar zu stabilisieren. Das sind sehr, sehr bärische Vorgaben, die wir gerade im US-Dollar eben tatsächlich sehen. Und ja, was eben dann für EURUS-Dollar bedeutet, buy the dip im vertragenden Sinne, beziehungsweise für Währungsbarer wie Dollar, japanischen Yen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Sell the Bounce. Also das heißt dann Korrekturbewegung eben zu handeln. Warum ich jetzt gerade wieder zurückgeswitcht bin, ist, ich habe keinen wirklichen potenziellen Long-Tweger gesehen. Den man jetzt dort hätte anvisieren können. Ich gucke mal, ob wir vielleicht was in Dollar, japanischen Yen finden, was sich dort besser eignet. Einen Augenblick, so 15 Minuten. Klick, so. Ah. Ne, nicht wirklich. Also, ja, sollten wir jetzt unter diesen Niveaus von gestern noch weiter Dynamik aufnehmen, die Region vielleicht um 105 anlaufen, könnte man überlegen, dass man vielleicht einen Spike derart Short handeln würde, wenn man auf die 105 läuft und einen Rücksetzer gegen diese gestrigen Tiefsebene anvisiert. 155 bis 175er die Region. Aber hier, ja, stellt sich das Bild ebenfalls nicht besonders vorteilhaft dar für ein Short-Setup. Also, Fakt ist auf jeden Fall, das komplette Abverkaufen dieses Bullischen Spikes gestern, den der US-Dollar gesehen hat und auch der Zinsen, das ist ein sehr stark bärisches Signal. Besonders, wie gesagt, wenn man sich eben die 10-jährigen Zinsen anschaut, die heute 10 Basispunkte, 10-jährige Zinsen dann in der Stelle 10 Basispunkte höher notieren und überhaupt nicht in der Lage sind, den US-Dollar in irgendeiner Form zu stabilisieren. So, ja, das wäre es in der Tat im Großen und Ganzen tatsächlich gewesen. Also, fassen wir kurz zusammen. Sollte sich die Tendenz in 10-jährigen Zinsen weiter darstellen, derart, wie sie sich aktuell darstellt, US-Zinsen anziehen, der US-Seller darf man aber nicht profitieren, besteht eine ernstzunehmende Gefahr, dass es früher oder später auf den Aktienmarkt durchschlägt. Vielleicht haben wir heute früh im DAX schon den ersten kleinen Push gesehen, diesbezüglich. Der konnte jetzt noch abgefangen werden. Mal schauen, laufen wir die Tiefs nochmal an von heute früh, unterschreiten wir die Tiefs, dann könnte das ein tiefroter Wochenschluss und auch ein tiefroter Wochenstart eben tatsächlich werden. Niveau 12.940, 950 Punkte, ist da aktuell der Make-or-Break-Bereich. Ja, und anziehende Zinsen, sollten die dazu führen, dass Spekulationen aufkäumen, dass die FED früher oder später aktiv werden muss, dann wäre das nochmal ein zusätzlicher bullischer Treiber mit Sicherheit auch für Edelmetall, also Silber besonders oder eben entsprechend Gold beispielsweise. So, ja, meinerseits wäre es das gewesen. Dann wünsche ich euch Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Ich wünsche euch ein schönes, erholsames Wochenende. Wir hören uns wieder am Dienstag mit dem Morning Meeting, 10.30 Uhr. Am Montag wird es ein Video-Tutorial wieder geben. Ich müsste kurz schauen, aber ich glaube, es ist die 90-90-90-Regel im Trading, die jetzt anläuft. Also schaut da gerne rein. Setzt euch einen Reminder, falls ihr den Kanal abonniert habt. Falls noch nicht, abonniert den Kanal gerne. Lasst gerne ein Like hier, wenn euch das gefallen hat, was ich euch erzählt habe. und, ja, soweit wäre es das zunächst meinerseits gewesen. Also, schönes Wochenende. Happy Trading. Passt auf, ihr Stops auf. Wir hören uns am Dienstag wieder. Und bis dahin habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.